die mk18 macht einfach spaß doch wo bekommst du die waffe her du kannst die mk18 ganz einfach in marias shop in erewan kaufen oder im laden im biwak und zwar gehst du da auf blaupausen bzw waffen bauen und kannst sie hier für 45.000 scale credits kaufen wenn du nicht im immersiven sondern im shooter modus spielst dann hast du hier oben noch verschiedene reiter dort musst du auf den reiter für die sturmgewehre gehen und dann kannst du dort die mk18 bauen